Moinsen, da sind wir wieder, wieder immer noch, oder besser gesagt, immer noch in Shintalor. Immer noch dabei, ja, die Elite-Quest zu machen, aber es sind nicht mehr viele Sachen, die wir erledigen müssen. Leute, versteht ihr schon? Da ist Lila Lotus. Und da ist ein Troll. Hey, Hoppen, huah, ha. Zack. 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 Das ist ziemlich fies, wenn du keine Errons hast und nicht weißt, wo das Zeug ist, muss ich halt wirklich suchen nach den Schädeln. Zack. 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 So. Zack. Und Vollgas. Ne, der setzt sein Ding ins Nicht-Ein. So, eine Quest noch, Leute. Und das ist die wichtigste Quest. Meiner Meinung nach. Und zwar das Schmuckstück. Zack. So. Und die ist auch schlecht. Bombs. Bombs. Bis zum nächsten Mal. Oh, zwei Gegner. Nein, warte mal, welches Level haben wir jetzt? 52, oder? Warum bin ich davon ausgegangen, dass wir 53 sind? Wir sind doch erst 52, verdammt. 53. 53. Äh... 53. 52. So. No. So. Nicht genug Mana. Nicht genug Mana. So. Ein weiterer Seelenfresser. Wie viele Quests haben wir jetzt da zum Abgeben? Drei. Vier. Fünf Quests. Dann quasi insgesamt. Das heißt, wir sind dann hier beim XP-Balken. Sag mal, hat er hier Dingsbums betrachtet? Er muss doch hier dieses Löwen-Ding gespielt haben. Ne, hat er nicht. Dort habe ich damals... Was? Die installierten Enden zu ersachen? Große Ahnung. Hm. Welches Enden ist nur... Welches Enden machte jetzt so Problemchen? Dööööööööööö. Das liegt immer noch auf. Tja, also hier in der Nähe ist keiner. Und den Soul Eaten. So. Boom, boom, boom. Boom, boom. Boom, boom, boom. Boom, boom, boom. Boom, boom, boom. Boom, boom. Boom, boom, boom. Okay. Zack. Was war das jetzt schon wieder? Warum ist das Bild schwarz geworden? Oh, ich krieg's kotzen gerade. So. Da nur noch Schattengäscher und Persörger. Das ist gut. Bums. Steht bei mir eigentlich ein Hitcap dran? Steht gar nicht dran. Guck einer an. Bei Verteidigung steht ja das Cap dran. Aber ich bin sowieso mal dafür, dass wir, ich mein, 200 Folgen haben wir jetzt, 205, 206, das ist dann wahrscheinlich die, 208 müsste das jetzt sein, glaube ich. Ja, die ist auch bald wieder vorbei, also es wird sowieso mal Zeit, dass wir mal sagen, hey, ein neues UI kann ich mal zusammenbauen. Zack. Das wäre ganz Nietzsche. Wo ist unser Kriegerlein? Wir brauchen mehr Mamer. Und also wir brauchen mehr Mamer. Und auch wir brauchen mehr Mamer. Also wir brauchen mehr Mamer. Das ist ja so. Und wieder nach oben. Der gute alte 30-Min-Res. So. 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 Ich darf eigentlich jetzt gerade schon wieder die Folge beenden, fällt mir gerade so auf. Leute, in der nächsten Folge haben wir es aber dann wirklich, sind nur noch 10 Gegner. Also, Tschüss.